Hi! Willkommen zurück bei DGV. Ich bin Söder Dummste. Willkommen zurück zu Resident Evil Village Folge 17. Ja, wir haben uns letzte Folge hier durch die Fabrik gekämpft und haben den Strom hergestellt, damit wir diese eine Ebene hochfahren können. Und da würde ich jetzt gerne weitermachen. Aber vorher wollte ich wissen, was das hier ist. Kann momentan nicht verwendet werden, ok? Und ja, ich wollte noch mal gucken wegen... Willkommen! Weißt du, wie viel hat die Waffel gekostet? Hä? Muss ich denn sehen? Da. 120.000, 180.000. Hm. Das Maschinengewähle hätte ich echt gerne. Sie ist als Investition, Ethan. Dann würde ich sagen, wir trennen uns jetzt mal von zwei Waffen. Nämlich einmal sie hier und einmal sie hier. Ja. Komme ich aber leider noch nicht ganz dahin, wo ich gerne hin möchte. Den Kanalwerber würde ich behalten wollen. Den Beide sowieso. Dann... Willst du dich wirklich jetzt schon davon trennen? Ja. 156.000. Hm. Reicht noch nicht ganz. Schade. Ich brauche aber auch nichts mehr. Ich brauche aber auch nichts mehr. Blendgeschöße. Da kriege ich Tatsache. Das reicht leider auch nicht. Da komme ich jetzt im Moment nicht mehr annähernd hin. Na gut. Aber wir wollen jetzt mal ein bisschen Platz kommen. Ein gutes Geschäft. Das muss ich schon sagen. So und so. Gut. Dann machen wir weiter. Ruhig mal stark davon ausgehe, dass jetzt ein Buskampf kommen wird. Denn wir haben ja immer noch den Propellermann vor uns. Mal sehen, was der kann. Genau die Vermutung habe ich jetzt auch, dass der jetzt kommen wird. So haben wir eigentlich alle Bereiche. Ja. Wunderbar. Den Bereich haben wir hier noch nicht. Moment mal. Wo muss ich eigentlich... Ne, hier ist es richtig. Hier ist auch irgendwas, was ich noch nicht habe. Ist aber nur oben und unten. Da habe ich eines. Irgendwas fehlt mir hier oben noch. Wait. Da war noch einiges rot. Naja. Aber irgendwas scheint hier noch zu sein. Trinkt von dem vielleicht jemanden Schwarz? Trinkt von dem vielleicht jemanden Schwarz? Ne, wie sieht die so aus? Hier habe ich alles. Na gut, dann egal. Drei. Warte geht's. Schieß ruhig geworden. Ich rufe Moni, nehme ich gerne mit. Wenn ich das öffne sehe, weiß ich doch sehr gut auf Besuch kriegen. Ja, Rohrbomben sind echt nicht zu unterschätzen. Okay, das war's. Okay, das war's. Ich glaube, dass man sich schnell drehen kann. Gut zu wissen. Jetzt zum Ende hin. Ah! Du wieder? Was? Ich könnte nicht zurück. Das wird ja nix. Ich bin da, wenn ich das auch fluten kann. Ich bin da. Aber nett, dass er mich noch mal alles looten lässt. Jetzt. Ich habe übrigens meine Trophäe angeguckt, dass man hier irgendwo jemanden von den Dingern runterschließen soll. Aber es scheint nicht damit die hier gemeint zu sein. Schließen Sie in der Fabrik ein Zitatmodell von der Produktionslinie. Okay, das war, hätte ich nicht gedacht. Bitte geht drauf her. Äh, hier geht es weiter, aber ich habe gesehen, dass oben noch eine Kiste ist. Das heißt, wir gehen erstmal hier hoch. Liegt noch einiges vor mir. Geht so weiter oder was? Nee. Ja, Yves, da liegt noch einiges vor dir. Ich hätte auch nicht gedacht, dass das Gebiet jetzt hier nochmal so riesig ist. Aber naja. Oh. Okay. Dann schaue ich doch erst unten nochmal. Also in dem Bereich denke ich mal, will der Bosskampf stattfinden. Aber da ist noch ein Raum, komme ich da rein? Ah, da ist ein Fahrzeug, ich will keine Sturm holen. naja sie dich in aller ruhe um ich kaufe das weil du es bist nur dass du es weißt die sicherstellung von wahren hat oberste priorität glaube ein gutes geschäft das muss ich schon sagen ok jetzt sollten wir noch mal speisern und dann auf zum propeller mann bin ja mal gespannt was der kann ich muss sie sich um uns sorgt nein in ihr ist kein fünkchen menschlichkeit ich muss sie vernichten du und deine familie sind mir sowas von egal ja 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 ich bin ich bin auch ein Mann Jetzt sind wir feine Ressourcen. Oh, die Puppen sind immer gut. Nur zwei, schade. Immerhin drei Stück. Achei. 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 Basei. Oh, die Puppen sind. Oh, die Puppen sind. So, die haben ja auch geklärt. Noch was? Schrank. Dietrich, noch ein Dietrich. Ich habe immer noch, jetzt habe ich noch wieder zwei, oder? Ja. Und ich sehe, dass hier immer noch rot ist. Das heißt, die gibt es bestimmt noch irgendwo Schätze. Hier an dem Bohrer waren Edelsteine. Ich könnte mir gut vorstellen, dass hier an den Decken auch noch was hängt. Da ist auf jeden Fall ein Vogelkäfig, den ich mal wieder nicht gesehen habe. Okay, das war's. Oh, mein Pistolen-Munition gibt langsam Geister aus, ha? Ich komme noch mal Munition. Für die billigen Gegner aus dem Pistolenkuchen eigentlich immer gut. Und dann muss ich dann wieder... Ja, komm. Jetzt kommt erst mal der Boss. Denke ich mal. Über den Himmel. Der hat das Gefühl Das ist viel. Aber die sind ziemlich angekommen. Na, vielleicht kommt der Boss auch nicht gleich. Wir haben ja überhaupt kein Ende hier. Das ist doch für die Rohrbomben, ne? Das ist ja nett. Noch was? Nein. Das ist nett. Aber ich glaube, für das hier, die anderen zwei Sachen, die habe ich bestimmt schon auszusehen verkauft. Könnte ich wetten. Genau wie für das hier. Wobei ich bei dem mir nicht mal vorstellen könnte, was da kombiniert werden soll. Ich habe eigentlich erst gedacht, das wäre ein wichtiger Gegenstand und kein Schatzgegenstand. Aber okay. Das werde ich wohl vergeigt haben. Zumindest mit dem Edelstein. Bei dem Ding weiß ich es nicht. So ein Buskampf, ja. Ah, ich habe gerade gesehen, es hat gespeichert. Also irgendwas passiert jetzt. Okay. 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 Aber hier muss ich kaputt machen, dann ist das halt. Die Munition brauche ich jetzt hier nicht um das abzuschließen. Gibt es hier noch irgendwo weiter? Hier war dicht. Hier komme ich nicht rüber. Also nach oben. Oder nach hinten? Ne lieber nicht. Noch mehr? Was sind das denn für Typen? Ok. Dann sollte ich... Ich hab natürlich keiner. Verdammt. Ohohohohohoho. Alles ist nicht. Äh... Was hab ich hier auf dem Link? Und... Explosiv kann man eigentlich auch nachladen? Ne. Kann man nicht automatisch. Die sind ja übel. Auf geht's. Alles ist gut. Zählst. Das ist gut. Alles ist gut. nein also Heisenberg, du bist doch echt nicht mehr ganz sauber, ey alter Schwede Tyvern Gummai Da fallen gleich zwei Stück, hallo? Eigentlich muss ich Rohrbocken für den Post benutzen, aber anscheinend muss ich die Snider benutzen, wenn die schon zu viel Munition rumliegt für die Snider Könnte ich eigentlich auch mal gleich ausrüsten Oh, 63 Schuss Kann sich sehen lassen Kann ich mich fallen lassen, ich geh mal runter Genau Okay, unnütz So, wir haben's kaputt schießen, gell? Ich hab's vergessen Ich hab's gesehen, das ist schon mal Ich bin mit dem Fluss Ich kann es über die Fluss Die Fluss Die Fluss Okay, das brachte mir jetzt. Ah, jetzt kann ich da hoch, okay. Gibt's noch was? Ah, da hinten. Und nochmal was. Naja. Ah, das ist mir ungefährlich. Hammert. Was ist das hier eigentlich so richtig wie eine Fabrik? Was war die früher mal? Würde mich mal interessieren. Modellverbesserung, Modell, Soldatjet. Habe ein Jetpack und Kopfstabilisatoren an einem Soldatenmodell angebracht, Mobilität deutlich verbessert. Experimente zeigen eingeschränkte Flugfähigkeiten. Langstreckenflüge nicht möglich, aber bereits erfolgreich flug durch zerklüftetes Gelände. Modellverbesserung, Modell, Soldat, Panzer. Habe eine Schutzhülle aus einer Minimlegierung an einem Soldatenmodell angebracht, um Brustreaktor und freiliegendes Gewebe zu schützen. Experimente haben ergeben, dass er regulären Feuerwaffen standhalten kann. Panzerung zu schwach gegen stärkere Einschläge. Weiterentwicklung nötig. Ich glaube, ich hätte für die Sniper benutzen sollen, aber nö. Oh, ne neue Karte. Also das Gebiet nimmt hier überhaupt kein Ende, oder? Also da haben wir. Das ist, glaube ich, von allen Gebieten das größte hier überhaupt. Ey, da ist nur eine Kiste. Komme ich da rein? Was? Hier wahrscheinlich nicht. Jeho? Oh, Pistoll-Munition. Kugel-Kokuli-Kokile. Gott. Okay. Also was wichtig ist wieder zum Schmieden. Muss ja nicht wieder den ganzen Weg zurück zum Schmiedeofen, oder? Ja, du bist schon weit weg. Was ist hier los? Was ist das? Lüftungskanal. Yay. Shit, das war knapp. Ja. Sehr knapp. Aber was für ein Zufall, dass das Ding wegfliegt und ich da hinten weitergehen kann. Guck mal hier. Aber weiß ich, wie viele mir schon fehlen, ey. Hier liegt noch irgendwas rum. Da hat ich ja jetzt alles, oder? So. Irgendwas habe ich da oben vergessen, aber jetzt komme ich nie mehr zurück. Oh, Gott. Ich glaube, die Karte verarscht mich einfach, ja. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, die Karte verarscht mich, aber tut sie dann doch nicht. Nicht mehr lange und sie beginnt ihre Zeremonie mit Rose. Wenn es dazu kommt, war's das. Für dein Kind und für das ganze Dorf. Keine Sorge. Ich halte sie auf. Mit Rose Hilfe kann ich Miranda töten. Ich halte sie auf. 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 Du bist der Einzige, der keine Ahnung von ihrer Kraft hat. Ich halte sie auf. Das ist wohl richtig. Du bist Rose? Versuch's doch. Wie ist bei Rose Kraft? Kann ich das mal erklären, oder? Ich halte sie auf. Schlüssel, Kugeler. Ich glaube, ich bin zwei. Oh mein. Zwei Gebiete sind absolut Wahnsinn hier. Hammerart. es geht noch weiter darüber die fabrik ist der wahnsinn was ich hier einfallen lassen habe die fabrik ist ja bald größer als das gesamte spiel abgesehen von der fabrik haustuhl du komm hoch verstehe ich musste runterfahren und statt den weg wieder finden wie kommt man da drüben also hier schein mir nicht so da drüben ist ein seil schade dann werden wir nochmal speichern stundenspiel mal eigentlich schon 9,17 ok und jetzt nochmal B4 wir müssen halt die spät zurück ich habe was verkauft also ich darf nicht so lange wieder vorschuss werden suchst du nach etwas bestimmten das sollte reichen jetzt könnte ich mir die Waffe holen die ich gerne hätte nämlich die hier ha 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 oh, fünfundsicht alter Schwede das nutzen sie für Munition sieh es als Investition auf wiedersehen mal echt zu wenig Platz hier im Inventar also um das auszurüsten ah, ja komm ist das eine Schrotflinte? eine extrem kraftvolle aber automatische Flinte ok ist das eine Schrotflinte? ja aber gerne bis nächstes mal ich lasse der Maschine du möchtest etwas kaufen? na dann verkaufen wir mal die die Tag wenn wir die ein bisschen aufrüsten können halt gehe ich raus mal sehen was du auf deiner Reise so alles findest oh yeah 79.000 diese Hände sind geschickter als sie vielleicht aussehen ok aber 1240 Schaden ist schon krasser als die andere Flinte definitiv Hals und Beinbruch das ist das ist so es an die andere hat es das würde ich gerne mal testen Schmelzofen, die Frage ist. Wo war der? Der war ja auch noch nicht. Ah, guck mal da. Aber ich hab keine Kugel. Oder? Nee. Der letzte Automat. Der sieht interessant aus. Was? Nee. Na gut, da fehlt die Kugel noch. Ich muss überlegen. Da, also eins über mir. Also da lang, oder? Nee, da lang. Nee, hier kam ich hoch. Also doch leider. Doch, und? Nee, ich muss hoch. Okay, 4M. Seid mich dunkel. Ja, aber ja auch ganz klar. Ist das hier so dunkel? Was ist das? Ja, was ist das? Verdammt, ey. Verdammt, ey. Ich hab mir den Weg natürlich nicht gemerkt. Ich geh mal hier gucken. Nee, warte mal. Hier war das. Hier war der erste Kampf gegen die... Dann bin ich hier. Eisenberg-Schlüssel. Das muss ich mir auch noch merken. Dann bin ich hier auf jeden Fall falsch. Weil hier geht's eh eh nicht mehr weiter. Also zurück. Genau. Hier lang? Bin ich jetzt hier? Ja genau, hier ist richtig. Ja. Ich hab mir die Strom geholt. Wie die Zucker. Oh mein, ich hab ein Schlüssel. Und da haben wir ja noch was. Eine Kugel-Kokille. Ah, für den Automaten. Jetzt verstehe ich. Für den Schlottenautomaten. Für das Labyrinth. Gut. Ja, da war das. Also hier lang. Können wir mal die Schlüssel da benutzen? Erstmal bin ich allein. Erstmal bin ich allein. Vier Stück. Oh, gut ausgehalten mit der Schlose. Nimm mal her mit dem Zeug. Was haben wir hier schönes? Mechanisches Teil Welle. Oh. Das ist doch zum Kombinieren, oder? Ja man. Das ist die Waffe von dem... Heisenbergs Hammer. Ein riesiger Hammer aus tonnenschweren Maschinenteilen. Sehr wertvoll. Okay, wir haben uns einfach mal Heisenbergs Waffe gebaut. Kann man mal machen. Ach so. Ach so, ich wollte mal hier... So. Machen wir ja Ressourcenverbrauch. Ja genau, von hier kam ich. Machen wir jetzt das Google Labyrinth. Was ist der denn für einer? Was? Ah, was ist der denn? Ja. Ist das denn? Mach mal. Ist das denn? Ja, ist das denn. Het den. Die. Mach mal. Oh, das war knapp. Perfektes Pistolines Herz. Das war jetzt sehr knapp. Oh, das war jetzt nicht so, oder? Boah, ey. Okay. Jep, die Schroflinte ist zurück. 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 offen das Hoffentlich. Oh, was? Frisch. Oh, was? Eigentlich müsste ich ja jetzt die Folge beenden, weil die Zeit eigentlich rum ist, aber ich möchte das jetzt verschlafen. Ah, schlafen. Boah, da kann ich ja nicht viel dafür. Du, ist alles in Ordnung bei dir? Machst echt komische Geräusche. Oh, mach ich denn. Oh, mach ich denn. Oh, mach ich denn. So, jetzt zurück. Nein, nein, nein. Oh. Das ist echt nicht so einfach. So. Na, ich schau mal schon rein. Okay. So, jetzt wollen wir erst mal hier abwarten. So. 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 Oh. What the hell? Jetzt. Okay. Okay, okay, okay. So. 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 Und bingo. Nee, und keine Trophäe. Bin aber enttäuscht. Duke, ich habe was zum Verkauf für dich. Willkommen, Ethan. 5.000 gibt es. Also, Christiane Linie. Oh, 25.000. Nett. 45.000. Und 30.000. Oh, haben wir noch mit 3.000 plus gemacht. Oh, oh. Was bringst du mir denn da Schönes? So, ich würde gerne mal jetzt hier für die SIG-12. Bezählst du mir für eine Flinte? Er hat Feuerkraft sowie Feuerrate. Alles klar. Wusste ich doch, dass die... Was ist das? V61 Custom. Spezialwärm für Pistole. Vermindert den Rückschluss beiträchtlich. Das ist die hier, oder? Ja. Das ist eine Pistole. Okay. Die Wolfsbane. Erweiter der Trommel. Alles klar. Damit kannst du gar an die Herden abschlachten. Erkauft. Aber man kann keine... Boah, das ist eine Pfade. Okay. Probieren wir was machen? Wahrscheinlich eher nicht. Gut. Was auch so ist. Okay. Sieben Schuss hat es jetzt maximal drin. Sieben Patronen, das ist schon mal nicht geschlecht. Gut. Dann speichere ich jetzt. Und sage, das war's. Mit der Folge von Resident Evil Village. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch wieder einschaltet. Denn es heißt DGV mit eurem Doomsday und Resident Evil Village. Bis dahin, haut rein!